Jinn, 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 Giskan, hey, halt auch weiter, immer weiter, immer weiter, Jinn, 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 Giskan, hey, halt auch weiter, immer weiter, immer weiter, kennst du das? Hammerst du dann? Jo, meine Freunde, was geht da? Herzlich Willkommen bei den XRP-Vos. Ja, Jinn, Giskan-mäßig, heute mal, XRP Whipple News, XRP Deutschland ist mit guter Laune mit euch wieder mal fein, unter anderem 30 bis 50 Milliarden US-Dollar könnten eventuell über die XRP Leisure fließen, das schauen wir uns an. Und abgesehen davon, Bitcoin, ist Bitcoin schon über, über den Berg rüber gesprungen, Luis, sind wir schon rüber, geht's jetzt langsam ab, bis und vieles mehr. Zwei Wochen Zeitfrist können sein, ja. Ja, das geht jetzt mal richtig ran an die Banane, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, um uns zwei und vor allem die Familie gut gelaut zu unterstützen, dürft ihr gerne alle kostenlos auf Gefällt mir drücken, kostenlos dürft ihr gerne bleiben und wer schlechte Laune hat und miese Peter ist, darf er übrigens kostenlos einfach mal wegschalten, in diesem Sinne. Rein in die Olga. Mit unserem Partner BingX erhaltet ihr über unseren Link bis zu 5.550 Dollar Bonis. BingX ist die führende Trading-Börse für den Bullrun, die ihr besonders auf Nutzerfreundlichkeit, Innovation und Zuverlässigkeit setzt. Ja, Luis, heute hast du anscheinend sehr gute Laune, ne? Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben hier immer gute Laune und hoffen, wir können euch da auch definitiv mit anstecken. Ja, und ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die unglaublichen Krypto-News ein und zwar ein Krypto-CEO und ein CEO von AHAX behauptet hier, dass BlackRock in Zukunft mit Ripple zusammenarbeiten wird. 30 bis 50 Billionen US-Dollar werden in den XRP Ledger reinfließen. Schauen wir uns nochmal genau an, was er hier sagt. Und zwar Rodfords Behauptung, dass schätzungsweise 30 bis 50 Billionen US-Dollar in den XRP Ledger fließen, hat die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen und viele sind gespannt drauf, wie sich dies auf XRP auswirken könnte. Ja, übrigens, ne? Also die News haben wir ja schon gesehen gehabt und das hat als allererstes unser Freund Jax Rippler wieder mal mit dem Boom rausgehauen, ne? Also das berühmte Boom ist wieder mal am Start und heute sind, wie Luis schon letztes Mal hast du festgestellt, es waren zwei O's mehr, diesmal sind es vier O's mehr. Also ein größerer Boom. Ja und Rodfords Analyse müssen wir im Kontext der bereiteren Finanzlandschaft verstehen und er kontextualisiert die Zahl innerhalb des geschätzten potenziellen Tokenisierungsmarktes, der auf 1,4 Billiarden US-Dollar geschätzt wird. Und obwohl seine Schätzung nur einen Bruchteil des Gesamtmarktes ausmacht und wie er betont, stellt sie erhebliche Zuflüsse für den XRP Ledger dar. Und Rodford weist auch darauf hin, dass verschiedene Anlageklassen auf On-Chain-Plattformen umgestellt werden. Die Tokenisierung von Real World Assets, also RWA, sprechen wir auch ganz oft drüber, diese RWA-Tokenisierung, die so unglaublich wichtig ist in der Zukunft. Und hier ist eine wichtige Wachstumskategorie für Ripple. David Schwarz, der CTO von Ripple, gab im Oktober 2023 bekannt, dass RWAs bis Ende 2024 oder Anfang 2025 auf den XRP Ledger eingeführt werden. Und das ist definitiv nochmal ein sehr, sehr positiver Schritt für den XRP Ledger und für uns auch. Absolut, Luis. Und das ist erstmal der Anfang. Also wir reden immer wieder, das kommt, dies könnte kommen, dies könnte kommen. Und stellt euch mal vor, alles läuft, alles ist schon am Start, alles funktioniert einfach frei. Was passiert da mit unserem Preis? Ja, stellt euch vor, die Migration von Vermögenswerten wie Geldmarktfonds, tokenisierte Staatsanleihen, Stelbecoins, in Blockchain-Netzwerken. Das ist halt wirklich unglaublich und einfach die Zukunft und unabdingbar, dass das in Zukunft passiert. Und deswegen werden sie auf jeden Fall auch eine große Rolle da spielen. Absolut. Kryptos sind die Zukunft, Leute. Ich sag euch das, Kryptos sind die Zukunft, dies ganze Digitale ist nun mal so, dass das alles die Zukunft ist. Und so wird es auch laufen. Wir haben drei Punkte, einmal Effizienz, Transparenz und Sicherheit. Ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Boah, hast du gerade gesehen, hier ist so ein Drachen rübergeflogen. Drachen. Boah, da war so eine Fliege, die hatte so einen Körper, hatte ich das Gefühl. Jo, Drachen ist sehr leicht gemacht. Reden wir mal kurz über Bitcoin, was auch sehr interessant ist und darüber habe ich auf der eine oder anderen Instagram-Seite einiges gelesen gehabt. Übrigens könnt ihr uns auch, sag ich mal, abonnieren auf Instagram, da seid ihr auch willkommen. Und zwar hier, was geht hier ab? Ja, nachdem ich mit Olga in Kroatien wandern war und sie natürlich nicht über den Berg gekommen ist, ja, wieder runtergerollt. Nein, aber ist die wirklich nicht über den Berg gekommen? Ja, es war schwierig. Die Wandertour, die war ganz schön hart. Aber jetzt war Spaß beiseite. Bitcoin schon fast über den Berg. Analyst, sie hat nur noch zwei Wochen Gefahr. Wir haben ja jetzt in der letzten Zeit immer wieder darüber gesprochen, dass wir nach dem Halving eine Seitwärtsphase sowie eine große Korrektur nochmal sehen werden. Und hier wird auch behauptet, die Phase könnte in zwei Wochen vorbei sein und nochmal, ja, den weiteren Ausschwung des Bullenmarktes einleiten ziehen haben. Das könnte jetzt übrigens genau alles passen. Wir haben ja gesehen in Asien, unter anderem Hongkong mit den ETFs. Vielleicht kommt da ja einiges jetzt auf uns zu. Und den Boden haben wir anscheinend am 26.04. schon erreicht gehabt, nach den Analysten. Und jetzt könnte es hochgehen, ne? Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es so kommen wird, wissen wir nicht, Leute. Aber wir hätten nichts dagegen, wenn wir wieder mal schöne Preise sehen würden. Was heißt schöne Preise? Eigentlich haben wir schon gute Preise, ne? Im Gegensatz zu letztes Jahr oder das? Guck mal, wo wir gerade sind. Wir sind in absoluten All-Time-High-Preisen und die Leute gehen durch. Ja, absolut. Und die sagen, äh, alles rot, alles rot. Gestern hat mir einer geschrieben, äh, alles rot, alles rot. Und ich gucke, ey, das ist eine Seitwärtsbewegung, ne? Also manche Leute schauen nur auf die Farben, etc. Schaut mal, wir sind jetzt schon länger dabei. Ich denke mal, auch viele von euch, die OGs, sind auch schon länger dabei. Und wir haben sehr gut alle eingekauft. Und jetzt kommen die schönen Tage. Jetzt vor allem kommen die schönen Tage. Und am Ende des Tages, ne, wird keine Suppe gegessen, sondern so ein Steak gegessen. Und ich wollte noch eine Sache gesagt haben. Das habe ich schon sehr oft gesagt, ne? Irgendwann mal, wenn unsere Kinder, unsere Enkel oder, keine Ahnung, Nachbarskind zu uns kommen wird. Und dann wird der mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, boah, die waren richtig schlau. Die haben damals in Kryptos investiert, wo noch keiner dran geglaubt hat. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Sinan. Denk nicht nur von hier bis da vorne. Versucht, um eine Ecke zu denken. Weiter zu denken. Groß zu denken. In die Zukunft zu denken besonders. Denn wir investieren hier in die Zukunft. Und wenn man sich einfach nur vorstellt, was in ein paar Jahren hier auf uns zukommt. Besonders mit Anwendung auch nur bei Bitcoin. Generell im Kryptomarkt. Ja, dann ist es einfach nur dämlich, jetzt die Chancen nicht zu nutzen. Alle, die jetzt gerade investiert sind, investieren in die Zukunft. Es ist nun mal so. Wir investieren alle in die Zukunft. Und wer nicht in die Zukunft investieren möchte und hier schnell Taktakt machen möchte. Es gibt sehr viele, sage ich mal, Spielautomaten bei der Pommesbudo etc. Da könnt ihr gehen. Ihr könnt Lotto spielen. Man kann mit Beamcoins gambeln. Ihr könnt Rubbelose spielen. Oder bei uns hier in der Stadt. Gibt es auch ein Glücksrad zur Zeit vor einem Lottoladen. Da könnt ihr auch ein Glücksrad drehen. Ja, da habt ihr vielleicht mehr Glück. So einfach ist das. Natürlich ist das hier immer noch Spekulation. Wir spekulieren in die Zukunft, wie Sinan gesagt hat. Und informieren uns dafür jeden Tag so unglaublich viel. Und kriegen dadurch immer die Bestätigung durch diese ganzen News. Deswegen, wer nicht dann glaubt, wie Sinan gesagt hat, sucht euch andere Projekte. Aber hier nochmal ganz, ganz interessant. Und zwar, Dali ist jetzt im XRP Ledger Mainnet aktiv. Und sagen sie selber, unsere Benutzer können ihre APIs mit XRP Ledger Nano-Zahlungen monetarisieren. Und wir begrüßen es, wenn auch andere ihre APIs verlinken. Ehrlich gesagt, es ist trivial. Und besonderen Gruß gehen an diejenigen, die unterwegs Input geben haben. Und schauen wir uns noch ganz schnell diese News an. Zum Abschluss, Luis, würde ich mal sagen. Ja, in den sozialen Medien wird ja darüber gesprochen. Hier, Ripple versus jetzt Cardano, weil die ein bisschen darüber gestritten haben über ETH Gate. Was können wir dazu sagen? Ja, die Geschichte geht jetzt auch schon mehrere Monate, wenn nicht schon über ein Jahr. Gerade der Ripple-CTO und Cardano-Gründer Charles Hoskinson. So diese kleinen Streitigkeiten, so ein bisschen diese Aneckigkeiten, wo sie aber trotzdem im großen Sinne die gleiche Meinung vertreten. Aber können wir uns nochmal ein- und anschauen. Es geht hier um die ETH Gate-Geschichte, den größten Betrug meiner Meinung nach in der Krypto-Raum. Ja, und in einem Kommentar betonte Hoskinson, dass sich bei der zweiten Erzählung um eine Verschwörungstheorie handelte. Und dass es keine Beweise für das Argument gebe, dass die Ethereum-Community die SEC bestochen habe, um Ripple und XRP zu eliminieren. Hoskinson hat schon immer an dieser Überzeugung festgehalten, was zu bösem Blut zwischen ihm und der XRP-Community geführt hatte. Hier nochmal, ja, Ripple-CTO widerlegt die Meinung oder die Behauptung von dem CEO von Cardano. Ja, und sein Statement war, war hin-man also nicht eng involviert. Fragezeichen, hatte er kein finanzielles Interesse an Ethereum. Fragezeichen, hat er sich zurückgezogen, Fragezeichen. Oder ist das aus irgendeinem Grund kein Beweis, fragte der CTO von Ripple. Ja, ist das kein Beweis, Luis, ne? Definitiv ist das ein Beweis und auch da können wir ja nochmal vernünftig ausschlüsseln. Schreibt es, wie gesagt, in den Kommentaren. Letztes Mal kam da nicht so eine große Relevanz zu dem Thema. Falls es euch interessiert, wir können da nochmal, ja, vernünftig drüber sprechen. Genau. Aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, in den einigen Gruppen so XRP-Maxis und Cardano-Maxis und jetzt irgendwie so, als wäre das ein Kampf, ne? Es ist kein Kampf. Ey, wir sind investiert. Ich weiß nicht, was bei einigen abgeht, ne? Wir sind keine Religion oder so, ja? Diese ganze Maxi-Tour, ne? Geht mir, boah, Bitcoin-Maxis, XRP-Maxis, etc. Wir sind keine Maxis. Klar heißen wir XRP Deutschland. Wir stehen auf XRP und hier gibt es XRP-News. Aber wir sind in sehr viele Kryptowährungen investiert und diese ganze Maxi-Tour, ne? Das muss nicht sein, Leute. Warum denn? Alle zusammen zum Ziel. Ja, ihr könnt doch, ihr könnt doch Cardano, ihr könnt doch hier ADA behalten, ihr könnt XRP behalten, ihr könnt Bitcoins besitzen, etc. Warum nicht? Ja. Warum denn nicht? Ich besitze selber Bitcoin und auch XRP. Ich glaube, manche Bitcoin-Maxis will durchdrehen, aber ich finde das doch genau das Richtige, da überall zu streuen. Absolut, Leute. Und jetzt wollte ich noch gesagt haben, wer gute Laune haben möchte, darf gerne morgen wieder einschalten, denn morgen gibt es wieder mal ein XRP-Durchland-Video, ne? So einfach ist das nicht, ne? So einfach ist das nicht. Und wenn du gute Laune haben willst, dann schläfst du heute mal hier, ne? Weil ich weiß, ihr habt da ein bisschen Beef gerade, du und Olga. Du bist gestresst von Olga. Ja, gerade, sie hat das mitbekommen, als du gesagt hast, sie ist nicht über den Berg gekommen, ist da runtergerutscht. Ja, ihr habt den Ruf gehört hier. Junge, wie ein Tufisch hast du gesagt, das sag ich dir gleich auch. Ja, Leute. Da will ich dir einfach mal sagen, um gute Laune zu haben, dürft ihr gerne morgen gerne nochmal vorbeischauen. Lässt doch gerne mal ein Like da. Und natürlich, wenn ihr neu seid, ihr dürft gerne kostenlos diesen Kanal abonnieren, denn nur 50% von euch sind abonniert und würde uns nochmal richtig, richtig unterstützen. Ja, schreibt in den Kommentaren, was ihr jetzt für den ganzen News sagt. Schaut doch gerne in der Beschreibung vorbei. Da haben wir einen Link zu BingX für die, die noch eine interessante Börse zum Traden, zum Handeln suchen. Und uns natürlich auch damit zu unterstützen, unsere Arbeit zu unterstützen. Ganz herzlichen Grüße an alle, die uns hier abtäckend betrachten. Und rein drücken!